Hallo zusammen, weiter geht's mit einem neuen Fortnite-Video. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. An beiden wieder ein Zusammenschnitt von Dingen, die eigentlich hätten so nicht passieren würden und wo ich mich im Nachhinein gefragt habe, warum ich diesen Quatsch gemacht habe oder warum das so passiert ist. Teilweise ganz ruhig, aber auch peinlich. Auf dem Mimim bin ich auch noch von hinten geschossen und da ist ein No-Skin. Ich bin Really No-Skin, du sehn er ist rum, der stört mich für mich. Ich will nicht, komm zu dir. Was ist das? 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 Was ist das?